Seit ich Vater bin, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ist mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig Mut in der heutigen Gesellschaft ist. Wenn man in den sozialen Medien nicht mal mehr seine Meinung dahingehend preisgeben kann, ohne gleich von vielen Menschen den Knüppel entgegengeworfen zu bekommen, denkt man natürlich nach, ist es schon Mut, heute seine Meinung preiszugeben? Und ich glaube, Mut ist deswegen notwendig, um den Regierungen dieser Welt und auch den Banken und vielleicht auch den Mächten dahinter klarzumachen, dass wir viele sind. Und eins ist klar, Kryptowährungen sind, zumindest wenn sie nicht von den Staaten gemacht sind, nicht staatlich regulierbar. Sie sind inflationssicher, weil Kaufnachfrage das Angebot bestimmt, beziehungsweise das Angebot durch die Nachfrage bestimmt wird. Das ist das, was man beim Bitcoin aktuell sieht. Also es ist ein Thema, über das ein Goldhändler nicht so gerne spricht. Aber natürlich habe ich auch hier Gedanken, die ich privat als privater Goldbesitzer logischerweise auch für mich anwende und diese Tipps den Menschen auch sehr, sehr gerne mitgebe. Wenn Sie das Finanzsystem, in dem wir uns heute befinden, als Patienten wahrnehmen würden, wie würde es Ihrer Meinung nach dem Patienten gehen? Ja, wenn man das künstliche Koma als Leitbild nimmt, dann ist das vielleicht schön als Vergleich dafür. Denn was wir jetzt sehen, ist im Endeffekt nichts anderes, als regelmäßig den Patienten am Leben zu erhalten und zu hoffen, dass er noch möglichst lange lebt. Ich vergleiche es auch gerne mit einem Kaugummi, den man in die Länge zieht und immer länger zieht und er reißt einfach nicht, weil man immer ein bisschen mehr Kaugummi hinzufügt. In dem Moment ist das, was man hinzufügt, das gedruckte Geld, dass die Zentralbanken immer wieder in den Kreislauf pumpen. Aber wir werden aus dieser Spirale nicht mehr zurückkommen. Der Patient wird irgendwann, ja, leider höchstwahrscheinlich durch einen neuen Menschen, so ist es ja im Leben auch, es kommt ein neues Leben und es geht ein altes Ausgetauscht werden. Die Finanzsysteme sind dahingehend in meinen Augen nicht mehr zu retten, weil eben in den letzten Jahren massive Fehler gemacht wurden und es wird jetzt hinter einer, ja, wie soll man sagen, einer auch wiederum teilweise durch die Politik gemachten Krise versteckt. Die sogenannte C-Pandemie ist halt jetzt aktuell der Auslöser, dass viele das Problem eigentlich durch die Pandemie sehen und nicht durch das, was schon davor passiert ist. Wir hatten ja bereits 2008 in den USA das Problem, dass Lehman Brothers beispielsweise der erste Dominostein war für die, ja, wahrscheinlich jetzt größte Finanzkrise aller Zeiten und im Nachgang konnte man das Ganze aber dann nochmal über 10, 11, 12 Jahre retten. Und jetzt merkt man eben, dass sobald die Insolvenzpflicht nicht mehr ausgesetzt ist und die ersten Unternehmen, die uns Insolvenzen anmelden müssen, es in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich zum großen Knall kommt. Natürlich wünscht sich das keiner. Die Edelmetallkäufer, also unsere Kunden speziell, sichern sich aber genau vor diesem Szenario ab, vor einer Währungsreform, vor einem Währungsreset. Und viele haben natürlich auch Angst davor, dass ein digitales Geld kommt, weil damit können die Zentralbanken die Menschen natürlich wunderbar greifen, enteignen und ihnen so viel abnehmen, wie es gerade nötig ist, um das System weiter am Leben zu erhalten. Wir haben eine Verschuldung auf der Welt, wie wir sie noch nie hatten, in dieser Relation bezogen auf das Weltbruttoinlandsprodukt. Sind Kryptowährungen denn Ihrer Meinung nach der Weg in die Freiheit? Sollte das Finanzsystem zusammenbrechen und der Patient versterben? Wir werden als Edelmetallhändler auch oft gefragt, welche Bedeutung Kryptowährungen im aktuellen System oder als alternatives Geldsystem haben. Und eins ist klar, Kryptowährungen sind, zumindest wenn sie nicht von den Staaten gemacht sind, nicht staatlich regulierbar. Sie sind inflationssicher, weil Kaufnachfrage das Angebot bestimmt, beziehungsweise das Angebot durch die Nachfrage bestimmt wird. Das ist das, was man beim Bitcoin aktuell sieht. Viele Menschen flüchten eben in die Kryptowährungen und dann werden die Preise eben auch in Dimensionen gejagt, dass es spannend wird für viele Spekulanten. Gold hingegen ist natürlich eine ganz andere Klasse. Gold hat einen Track Record über 5000 Jahre und länger. Gold hat mehrfach bewiesen, dass es jede Krise der Welt überstanden hat, auch jede Epoche, egal ob es die Ägypter, die Römer oder andere Epochen waren. Gold hat immer auch ohne jeglichen äußeren Einfluss. Sprich, es braucht keinen Strom, es braucht keine Rechenleistung, es braucht letzten Endes nichts, dass es existiert. Gold wäre auch ohne die Menschen da. Und ich glaube, die Kryptowährungen werden Alternative bieten, um den Menschen eine Fluchtwährung oder eine Fluchtmöglichkeit zu geben, raus aus dem Finanzsystem, aus dem Geldsystem, aus dem aktuellen Fiat-Money-System, wie wir es kennen. Allerdings ist die Frage eben, wie stark die Regulation, die natürlich durch den Plan der Zentralbanken, der auch lange schon bekannt ist, wie stark diese Regulation sein kann. Und ich gehe stark davon aus, dass es zum Beispiel Verbote der Einzahlungen auf Kryptoplattformen bzw. der Auszahlungen gibt. Dann wird es ähnlich wie beim Goldverbot damals auch einen Tauschhandel geben, dass mir jemand eine Dienstleistung vielleicht für ein Stück Bitcoin gibt. Also man kann vielleicht sagen, Kryptowährungen sind das Gold des Internets, ja. Aber wenn man was anfassen möchte, unabhängig von Elektrizität sein möchte, unabhängig von jeglichen Systemen, die man ja benötigt, um von A nach B etwas zu transferieren, dann empfehle ich nach wie vor Gold. Die Zentralbanken planen aber, und das ist bekannt, im Jahr 2021 auch in Europa schon die ersten Feldstudien, wenn man so sagen darf. Frau Lagarde hat es ja angekündigt, ab Mitte 2021 soll der digitale Euro erstmals getestet werden. Und so wie Jean-Claude Juncker schon mehrfach gesagt hat, man führt etwas ein, man wartet darauf, ob Widerstand kommt. Und wenn keiner kommt, dann setzt man es so lange um, bis Widerstand kommt, lässt die Menschen ein bisschen warten. Und so wird es peu a peu, ganz tröpfchenweise, langsam für jeden Bürger, auch in Deutschland, die ja trotzdem noch sehr bargeldaffin sind, immer mehr salonfähig, dass digitales Geld die Zukunft ist. Und das digitale Geld in meinen Augen ist zwar, ja, die Zukunft. Wir werden darum, weil das ein globaler Plan ist, wahrscheinlich nicht drum rum kommen. Allerdings sollten wir uns Alternativen aufbewahren, wie eben Gold oder vielleicht auch in den Augen vieler Anleger aktuell, die Kryptowährungen. Man muss auch immer im Hinterkopf behalten, Kryptowährungen selbst, die nicht von den Zentralbanken gemacht sind, sind in meinen Augen, und da spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich, das haben mittlerweile auch viele alte Volkswirtschaftler und Ökonomen global gesehen, die ursprünglich Gegner des Bitcoins waren, verstanden, eine Alternative, allerdings nicht die einzige. Und man sollte nie alles auf eine Karte setzen. Und die Zentralbanken selbst müssen es erst mal schaffen, eine funktionierende Kryptowährung ins Leben zu rufen, die kontrollierbar ist, ja. Und dann ist es nämlich genau das Gegenteil von der Idee eines dezentralen Geldes, die der Bitcoin beispielsweise darstellt. Es ist ein zentrales Geld, das kontrollierbar ist. Es ist zwar kryptorisiert, also es ist verschlüsselt, aber es ist letzten Endes durch die Zentralbanken kontrollierbar und dann wiederum auch inflationierbar, weil man natürlich das Geld vermehren könnte. Und das ist das, was man verstehen muss. Und Gold ist eben durch die Natur limitiert, in einen Würfel mit einer Kantenlänge von 21 Metern. Also das ist das existierende Gold. Dieser Würfel würde unter den Eiffelturm passen, damit man sich das mal bildhaft vorstellen kann. Und wer ein Scheibchen davon hat, hat nun mal ein Stück Geld, ein Stück Sicherheit, dass sie vor der Inflation schützt. Und wenn wir irgendwann mal Goldpreise von 10.000 oder 15.000 Dollar sehen und dieses Phänomen, was gerade im Kryptomarkt passiert, auch in die Rohstoffmärkte einkehrt, spätestens dann werden wir Inflation sehen, weil die Rohstoffe die Basis für die Konsumenteninflation sind. Und die Konsumenteninflation kommt letzten Endes daher, dass die Rohstoffpreise teurer werden, die Lebensmittel, die Konsumgüter teurer werden. Und ich glaube, dieses Phänomen sehen wir deswegen noch nicht, weil man es momentan noch schafft, die Rohstoffmärkte künstlich nach unten zu manipulieren. Man schafft es aktuell noch, Gold immer wieder durch Manipulationen im Keller zu halten. Ein guter Freund, der Dimitri Speck, hat es ja mehrfach erwähnt und hat es sogar bewiesen in seinem Buch Geheime Goldpolitik, dass der Goldpreis manipuliert wird, dass das Ziel der Zentralbanken ist, den Goldpreis noch künstlich unten zu halten, damit sie sich selbst eindecken können. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Gold und Kryptowährungen. Kryptowährungen haben keinen inneren Wert. Es ist im Grunde eine digitale Fiat-Währung. Gold im Gegensatz hat einen echten Wert. Wie schätzen Sie diesen Unterschied ein? Die Basis würde ich so setzen, dass Gold erstmal im Fundament echtes Geld ist. Gold stellt die Mutter des Geldes dar oder wie es Robert Kiyosaki auch immer sagt, Gold ist Gottes Geld letzten Endes. Und aus dieser Basis heraus ist ja auch zum Beispiel der Bitcoin entstanden. Wenn man sich mal anschaut, welche Parallelen die Erfinder der Kryptowährungen eigentlich mit sich tragen, dann schaut man sich an, es gibt 21 Millionen Bitcoins im Maximum. Also wieder die 21, die Zahl des Würfels, der weltweit an Gold existiert. Es ist nicht künstlich vermehrbar. Und das, was ich immer wieder erwähne, ist eben, dass Gold diesen inneren Wert deswegen in sich trägt, weil es einfach über Jahrtausende als Geld fungiert hat, weil es mit diesem inneren Wert, den einem keiner nehmen kann, Gold hat immer die Magie, Gold hat diesen Glanz. Und es gibt so einen schönen Spruch, Gold ist das anziehendste, nicht-magnetische Edelmetall aller Metalle. Und das ist das Wichtige, was man verstehen muss. Gold hat auch eine gewisse Magie. Wenn man mal eine Goldmünze in der Hand hatte, diesen Glanz oder einen Barren in der Hand hat und diesen Glanz gespürt hat, dann spürt man, warum beispielsweise die Ägypter, die Pharaonen und auf den Spitzen der Pyramiden Gold angesetzt hatten. Und das ist genau das, was man verstehen muss. Gold ist eben auch was Spirituelles. Gold wird in der Schmuckindustrie verwendet. Gold hat aber eben auch den monetären Charakter. Und das muss natürlich eine Kryptowährung erstmal beweisen. Nur weil es eine Kryptowährung jetzt geschafft hat, sich zu vertausendfachen oder verixfachen, heißt es nicht, dass es sie in 10, 20, 30 Jahren noch geben muss. Es gibt ja viele Gedanken, dass beispielsweise Quantencomputertechnologie oder noch bessere Computer oder verschiedene Faktoren sozusagen dafür sorgen können, dass die Kryptowährungen vor Probleme gestellt werden. Man weiß natürlich auch, dass Entwickler immer besser werden, dass der Code auch immer besser wird. Ich will hier nicht sagen, dass Kryptowährungen eine wirkliche Alternative zu Gold darstellen. Was man momentan aber sieht, ist, sie stellen Alternative zum aktuellen Fiat-Geldsystem dar. Und diese Alternativen brauchen wir. Wir brauchen Alternativen zum Zentralbankgeld, das kontrolliert wird und das uns als Menschen letzten Endes zu einer Nummer macht. Was denken Sie, werden wir eine neue Währung oder Währungsreformen sehen? Man muss das Geldsystem verstehen, um die Frage beantworten zu können. Ich glaube persönlich, dass wer eine Bilanz versteht, ist schon mal ein kleinem Vorteil. Eine Bilanz besteht aus aktiver und passiver. Wenn Schulden gemacht werden, beziehungsweise wenn aktiver gemacht werden muss, also Guthaben, dann müssen Schulden entstehen. Und irgendeiner muss diese Schulden begleichen. Dieser irgendeine ist nicht der Staat. Der Staat ist letzten Endes nur der Delegant, der es an die Bürger abgibt, der dann dafür sorgt, dass wir weiter verschuldet sind. Es fühlt sich zwar schön an, mehr Geld im Konsum ausgeben zu können, aber letzten Endes muss es durch Steuergelder oder durch eine Währungsreform, die nichts anderes ist als eine Enteignung oder eine Inflation oder eine Kaufkraftentwertung letzten Endes des Geldes, um es einfach zu verstehen. Wenn man mal 120, 130, 140 Jahre zurückgeht, dann beginnt eigentlich, dass man versteht, dass es damals zum Beispiel ein goldgedecktes System gab. Also man konnte wirklich für einen Schein Geld eine gewisse Menge Gold tauschen und zwar hundertprozentig gedeckt. Dann war es eben so, dass der Erste Weltkrieg finanziert werden musste. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Thema. Wenn Kriege finanziert werden müssen, müssen wir weg von goldgedeckten Systemen, weil man kann nicht das Geld x-beliebig vermehren. Aus dieser Erfahrung hat man gelernt und hat eben ein teilgedecktes Goldsystem zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Ein Geldsystem, das goldgedeckt war, mit 40 Prozent. Und dieses System musste wieder aufgelöst werden, als der Zweite Weltkrieg vorne anstand. Die Amerikaner haben es nur klug gemacht und sind etwas später in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen. Somit konnten sie große Goldbestände aufbauen, weil die Rüstungsindustrie natürlich erstmal viel Geld ins amerikanische Reich sozusagen eingebracht hat, ins Imperium USA. Und die USA haben was Folgendes gemacht. Die haben wiederum ein goldgedecktes Geldsystem, einen goldgedeckten Dollar eingeführt. Und dieser goldgedeckte Dollar, der bis 1971 Stand war, hat zu mehreren Dingen geführt. Zum einen zur Enteignung der Bevölkerung, was das Gold angeht. Also die Menschen wurden enteignet. Etwa ein Drittel der Menschen haben wirklich beim Goldverbot ihr Geld abgegeben. Und zwar an die USA. Die anderen zwei Drittel haben es erstmal im stillen Kämmerchen liegen lassen, wenn es auch hohe Strafen, wie beispielsweise sehr hohe Geldstrafen gab. Aber die Amerikaner haben dann im Zuge dieses dritten goldgedeckten Systems, über das ich hier spreche, immer mehr Gold nach Frankreich, nach Deutschland an Länder geliefert, die verstanden haben, dass die Amerikaner gegen ihre Dollarscheine auch Gold ausliefern. Somit haben die Franzosen, die Deutschen riesige Goldbestände aufgebaut. Oftmals leider gegen schlechte Deals, dass das Gold zum Beispiel in den USA gelagert wurde. Die Amerikaner haben also die Hoheit behalten und haben den Deutschen gesagt, euer Gold ist zwar da, wir liefern es nur nicht aus. Und als dann irgendwann 1971 unter Nixon in Bretton Woods in einem kleinen Bergdorf in den USA der Goldstandard aufgehoben wurde, wieder wegen Kriegen, und zwar der Vietnamkrieg musste finanziert werden, also auch hier musste wieder Geld gedruckt werden, haben wir uns letztmals von dem Goldstandard gelöst und dann wurden alle Systeme weltweit, und zwar alle Geldsysteme, die wir heute sehen, zu einem Fiat-Geldsystem, zu einem Geldsystem, das durch Drucken ausgeweitet werden kann. Also es ist nicht mehr limitiert durch die Menge Gold, die man von der Zentralbank bezahlt kommt, auch wenn die Zentralbank Gold besitzt. Aber an der Stelle muss man ganz klar sagen, jetzt ist das Problem eigentlich entstanden, dass dieses exponentielle Wachstum immer wieder dazu führt, dass es Währungsreformen gibt oder geben muss, die dazu führen, dass diese Entwertung der zu viel gedruckten oder zu hoch gedruckten Geldmenge, der zu vielen Scheine, die im Umlauf sind oder des zu großen Geldvolumens, das im Umlauf ist, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, dazu führt, dass wir immer wieder an eine Art Währungsreform stoßen. Es gab ja viele Kritiker, die auch schon bei der Euro-Einführung genau die Probleme dieser Eurozone gesehen haben, die auch gesagt haben, man kann nicht verschiedene Länder mit verschiedenen Volkswirtschaften unter einen Korb stecken, man versucht es zwar und ehrlicherweise gehen ja viele Menschen, die heute leben davon aus, dass der Dollar schon immer da war, aber der Dollar wurde eigentlich 1991 auch resettet, als er abgelöst wurde vom Goldstandard und damit hat man einen neuen Dollar bekommen und jetzt endet eben genau dieser Zyklus, die Amerikaner rasen jetzt in eine Art Hyperinflation durch diese ganzen sogenannten Free Lunch Monies, diese ins Volk pumpen, dieses Geld, das ins Volk gepumpt wird, diese Konsumkredite, die vergeben werden beziehungsweise diese Kredite sind es ja gar nicht mehr, dieses Helikoptergeld, wie es der Helikopter-Ben, Ben Bernanke, einer der ehemaligen FED-Chefs schon gesagt hat und das ist das, was jetzt passiert und es gibt Grenzen für dieses Wachstum und es gibt auch tolle Harvard-Professoren, die das errechnet haben, wo diese Grenzen sind und bei über 130% Verschuldung, also Verschuldung gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt, gab es noch nie einen Zurück aus diesem Verschulden und es gab immer eine Hyperinflation oder eine Währungsreform oder einen Krieg und wenn jetzt aktuell der Präsident, der jetzt in diesem Moment am Werk sitzt in den nächsten Jahren genau diese Strategie seines fast Vorgängers von Barack Obama verfolgt, werden wir auch in der nächsten Zeit wieder viele, viele Kriege sehen müssen, um die Amerikaner zu refinanzieren und um hoffentlich noch die Nase, also aus Sicht der Amerikaner ein Stück weit vor den Chinesen zu behalten, die die Pandemie nämlich wunderbar genutzt haben, um jetzt in die Stellung zu kommen, die Weltmacht Nummer eins zu werden. Was denken Sie über das Thema Goldverbot? Kann man sich davor schützen und haben Sie hier Tipps für Anleger? Also es ist ein Thema, über das ein Goldhändler nicht so gerne spricht, aber natürlich habe ich auch hier Gedanken, die ich privat als privater Goldbesitzer logischerweise auch für mich anwende und diese Tipps den Menschen auch sehr, sehr gerne mitgebe. Grundsätzlich muss man verstehen, dass der Goldmarkt ein sehr, sehr kleiner Markt ist, deswegen ist er auch so schön manipulierbar. Der Goldmarkt an sich wird ja, also der Preis, das verstehen viele Menschen nicht, wird nicht im physischen Markt gemacht, er wird im sogenannten Terminhandel gemacht und zwar der Terminmarkt, der sich in den USA an der sogenannten COMEX befindet, wo die größten Rohstoffpositionen weltweit neben der Shanghai Gold Exchange, die mittlerweile auch eine immer größere Rolle spielt, gemacht werden und diese Preise lassen sich durch Termingeschäfte, also durch Wetten, auf steigende oder fallende Preise wunderbar lenken. Jetzt kann man natürlich erstmal denken, ja, aber es ist ja trotzdem ein Markt, der physisch gedeckt, ist ja aber nur zu einem kleinen Teil, so ein Termingeschäft muss nicht mit 100% durch Gold gedeckt sein, also angenommen ich möchte 1000 Tonnen Gold verkaufen in einer Wette, dann brauche ich nur 10 oder 15 oder 5% je nach sogenannten Margins, Sicherheiten, die an dieser Börse als Grundlage gelegt sind, wirklich als Sicherheit dahinter und damit kann ich natürlich einen Markt ganz schnell in Bewegung bringen, wenn ich eine Großbank wie JP Morgan, Goldman Sachs und so weiter bin, die immer wieder in Verruf geraten für diese Manipulation. Jetzt kommen wir aber zurück zu deiner Frage des Goldverbots beziehungsweise der Schutzmechanismen, die man hat. Zum einen ist es natürlich auch immer noch flächendeckend in Deutschland möglich, bis zu 2000 Euro anonym am Schalter mit Papiergeld, also nicht registrierbarem Geld letzten Endes, Gold zu kaufen. Diese Schlangen der Händler werden aber immer länger und länger und länger und länger und immer mehr Menschen wachen auf. Wir haben selbst in unserer eigenen Filiale in Villingen, Schweddingen gesehen, dass die Schlangen so lange waren, dass wir tatsächlich kurz davor waren zu kollabieren, weil der Nachschub an Ware gar nicht mehr ausgereicht hat, um das zu bedienen, was vorne drauf kam. Warum sind diese Schlangen so lang? Es sind nicht mehr Menschen, die kaufen, sondern es sind einfach mehr Menschen, die momentan versuchen in regelmäßigen Abständen zu kaufen und dieses anonyme Bargeschäft wird massiv bekämpft. Das Bundesfinanzministerium beziehungsweise die Regierungspräsidien unterstellen den Edelmetallhändlern unterschwelligt natürlich, dass sie viel Schwarz und Bargeld annehmen und das in Gold umschichten. Es gibt Statistiken dazu, die zeigen, dass es weit unter einem Prozent aus dem Goldhandel stammt, dieses ganze Schwarzgeld, das sozusagen irgendwo umgeschichtet wird, sondern vieles davon fließt zum Beispiel auch in den Kryptomarkt, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, Geldwäscher haben elegantere Wege, als es in Gold umzuschichten. Die Grenze war ja bis vor wenigen Jahren bei 15.000 Euro, wurde dann auf 10.000 Euro gesenkt und mittlerweile auf 2.000 Euro. Und ich bin fester Überzeugung, dass ja vor allem gerade in den Regierungspräsidien beziehungsweise im Bundesfinanzministerium weitere Pläne in Aussicht stehen, diese Grenze zu Kappen Richtung Null. Somit hat man den Goldmarkt, den Bargoldmarkt eliminiert und die Menschen haben keine andere Möglichkeit mehr als online zu kaufen. Wir haben uns aus diesem Grund auch schon positioniert und haben gesagt, wir möchten im Onlinehandel eine führende Sperrspitze sein. Auch wir als Edelmetallhändler müssen wie jedes Unternehmen Rechnungsdaten aufbewahren für 10 Jahre. Die Sache ist, was nützt es dem Staat, wenn ich die Rechnung eines Kunden habe und der Kunde seine Edelmetalle irgendwo vergraben hat und sie nicht mehr findet. Ein schönes Beispiel von einem meiner Kunden ist, ich schmeiße meine Krügerand regelmäßig in den Klingelbeutel in der Kirche. Und was dann die Kirche damit macht, ist deren Problem. Ich hoffe, diese Botschaft kam bei Ihnen an. Edelmetalle sind mobil, man kann sie lagern, wo man möchte, man kann sie streuen, wie man möchte, man kann sie privat kaufen. Das Wunderbare ist, nach einem Jahr Besitz kann man sich auch steuerfrei veräußern. Das heißt, dann hat der Fiskus keinerlei Möglichkeiten mehr, diese Steuern sich sozusagen unter den Nagel zu reißen. Und ich glaube, dieses mobile Gut wird irgendwann in den Fokus der Regierungen geraten. Davor werden aber erstmal die Immobilienbesitzer mit Lasten ausgleichen, wie wir sie mehrfach gesehen haben. Oder vielleicht auch die Kryptobesitzer mit Einzahlungs- oder Auszahlungsverboten. Oder auch die Aktienbesitzer, wie wir es jetzt sehen, dass Gewinne nicht mehr komplett steuerlich geltend gemacht werden können, bestraft. Und wenn diese ganzen kühlige Molken sind, dann wird man natürlich auch an den Goldhandel gehen. Ich wünsche mir von Herzen, dass der Sozialismus nicht so sehr um sich schlägt, dass die Regierungen in jeglicher Form dafür sorgen, dass wir unfrei sind. Wenn das der Fall ist, dann wünsche ich jedem viel Glück, dass er sich rechtzeitig so vorbereitet hat, dass er über diese Epoche, weil in meinen Augen wird es kein dauerhafter Zustand sein, dass Sozialismus sich retten kann, sein Vermögen schützen kann, um danach spätestens, wenn er noch jung genug ist, sich wieder ein neues Standbein im Leben aufzubauen. Ich glaube, hierfür haben die Edelmetalle schon mehrfach hingehalten, auch für den Vermögenserhalt in sehr vermögenden, aber auch weniger vermögenden Familien über Generationen hinweg, denn was man nicht besitzt, wird natürlich auch nicht vom Fiskus registriert. Wie würden Sie sich ein neues Finanzsystem vorstellen und was würden Sie sich von einem neuen System wünschen? Ich würde mir ein gedecktes Geldsystem wünschen, ein gedecktes Geldsystem, nicht unbedingt durch Gold, aber durch eine Art Sicherheit, die im Hintergrund existiert, sodass das System nicht einfach ein exponentielles Wachstum zulässt. Also es muss in irgendeiner Art und Weise gedeckt sein. Das kann auch beispielsweise durch verschiedene andere Sachwerte gedeckt sein, aber es ist wichtig, dass dieses System sich nicht x-beliebig vermehren lässt. Damit schließen wir viele Probleme. Zum einen wird es schwieriger, Kriege zu machen und ich glaube kein Mensch auf der Welt, außer die Rüstungsindustrie und die Staaten und vielleicht der ein oder andere Europapolitiker, der aus Deutschland dahin kam, wünscht sich Kriege, damit weiter diese Lobbys existieren. Zum anderen ist es aber auch so, dass so ein Geldsystem natürlich dazu da sein muss, dass es flexibel ist und schnell ist und vor allem nicht von äußeren Einflüssen begrenzt werden kann. Hier haben wir einen ganz großen Gegner und zwar die Zentralbanken, weil die Daseinsberechtigung der Bankenwelt wäre in dem Moment, wo das Geld der Menschen ist und nicht mehr Geld der Banken ist, nicht mehr da. Was wir aber aktuell sehen und diese Entwicklung ist etwas erschütternd, wenn man genau ist oder wenn man genau darauf achtet, wir sehen ein Bankensterben und ich glaube, der Plan, die Beerdigung der Banken ist längst abgesegnet. Auch die Schweiz, das Land der Banken, die ja groß dafür sind, haben bereits diesen Plan in der Schublade, da bin ich sehr, sehr sicher und ich glaube auch, dass es hin zu einem Zentralbankgeld, zu einem sehr zentralen Geld mit einer zentralen Kontrolle über die Menschheit hingehen soll. Mein Wunsch hingegen ist aber genau das Gegenteil, ein dezentrales Geld, das gedeckt ist, ob es durch Gold gedeckt ist oder durch von mir aus auch teilweise durch andere Rohstoffe gedeckt ist, lassen wir jetzt mal offen, aber diese Deckung muss durch ein Gut existieren oder Existenz sein, das eben limitiert ist und wenn wir es dahin schaffen zu einem derartig gedeckten Geldsystem, dann können wir auch sicher sein, dass die Kaufkraft erhalten bleibt, dass es keine Inflation gibt oder zumindest wenig Inflation, wenn das Geld sich nicht vermehrt und dass die Menschen tatsächlich in der Lage sind, auch in einer Welt von Frieden, ich weiß, es ist eine sehr romantische Vorstellung, zu leben, aber genau deswegen sind wir hier, um den Menschen ein Stück weit Hoffnung zu geben. Wir brauchen viele positive Eigenschaften für die nächste Zeit. Durchhaltevermögen, eine Vision, ethische Werte, vernünftige Menschen, freundliche Einstellungen und so weiter. Eine wichtige Eigenschaft ist Mut. Was bedeutet Mut für Sie? Es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen, weil seit ich Vater bin, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ist mir erst mal bewusst geworden, wie wichtig Mut in der heutigen Gesellschaft ist. Wenn man in den sozialen Medien nicht mal mehr seine Meinung dahingehend preisgeben kann, ohne gleich von vielen Menschen den Knüppel entgegengeworfen zu bekommen, denkt man natürlich nach, ist es schon Mut, heute seine Meinung preiszugeben? Und ich glaube, Mut ist deswegen notwendig, um den Regierungen dieser Welt und auch den Banken und vielleicht auch den Mächten dahinter klar zu machen, dass wir viele sind, dass der Gegenspieler wenige sind und dass letzten Endes wir eine freie Welt möchten. Ich glaube, kein Mensch dieser Welt möchte in einem sozialistischen System, in einem kommunistischen System leben, wo eine Regierung mir vorschreibt oder auferlegt, wie viel ich essen darf, wie viel ich reisen darf und was ich darf und was ich nicht darf. Wenn man so um sich sieht, hat man das Gefühl, die Menschen sind in einer Schockstarre und diese Schockstarre kommt daher, weil diese Angstpuzzlestücke Tag für Tag, Woche für Woche an die Medien herangetragen werden. Mut können wir nur wieder bekommen, wenn wir selbst beginnen zu denken. Mut können wir nur bekommen, wenn wir verstehen, unser Gegenüber, das vielleicht eingeschreckt ist oder noch eingeschreckter ist als man selbst, auch wieder zu verstehen, ihm wieder Gehör zu schenken und auch die Gegenseite zu verstehen und sie abzuholen und wieder in der Mitte vielleicht eine graue Farbe und nicht schwarz oder weiß zu schaffen. Das ist das, was die Medien mit aller Gewalt verhindern möchten, dass wir uns wieder zusammenfinden, dass wir uns wieder an Stammtischen treffen und Themen diskutieren. Mut ist für mich die Zukunft unserer Kinder und ich möchte, dass mein Sohn in einer freien Welt aufwächst. Das ist meine große Botschaft an alle Menschen da draußen, die sich eine freie Welt auch für unsere Kinder wünschen. Und so fair sollten wir sein. Uns wurde eine freie Welt in die Hände gelegt und diese sollten wir weitergeben. Und es liegt an uns, ob diese Welt weiterhin frei bleibt, ob wir uns alles gefallen lassen, was über uns einhergeht und ob wir selbst über unsere Freiheit, über unsere Körper, über unsere Geister bestimmen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass der eine oder andere mit besonders viel Mut vielleicht auch an die Front geht, um vielen Menschen zu signalisieren, dass wir nicht wenige sind, sondern dass wir viele sind. Was wären die wichtigsten Botschaften in dieser schwierigen Zeit, die Sie den Menschen mitgeben würden? Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist das Wichtigste, wieder soziale Netzwerke zu schaffen. Und ich rede jetzt nicht von den sozialen Medien, sondern von echten Beziehungen, von echten Freundschaften, dass man wieder lernt, dem Nächsten zu helfen. Die positive Botschaft, die zu Beginn der Pandemie um uns geschlagen hat, dass wir den Nachbarn doch wieder helfen sollen, den älteren Menschen einkaufen zu gehen, die ist komplett im Keim erstickt worden aus Hass und aus Konflikt. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, Freundschaften und Beziehungen, die einem auch helfen, wenn einem vieles oder alles genommen wird, vielleicht auch die Liebsten genommen werden oder auch die Freiheit zu reden oder vielleicht der Beruf, dann haben wir es geschafft, dass wir wieder wirklich reich sind. Weil warum ist der Mensch denn so, wie er ist? Der Mensch ist ein Herdentier, der Mensch ist geborgen in der Familie. Und für diejenigen, die eben diese Geborgenheit nicht haben, ist es umso wichtiger, ein Netzwerk zu bauen, wo wir wissen, darauf können wir uns verlassen. Lassen Sie sich nicht davon einschüchtern, dass beispielsweise Kommunikation eingeschnitten werden kann, dass Ihr Finanzsystem eingeschnitten werden kann. Ich bin sicher, diese Netzwerke, dieser Zusammenhalt der Menschen, der ist durch nichts kaputt zu machen. Und das Erste, was wir tun sollten, ist, den Mainstream abzuschalten. Diese Botschaft möchte ich Ihnen mitgeben, weil damit schaffen Sie es aus der Angst und damit schaffen Sie es auch wieder in eine Geborgenheit, in ein Wohlbefinden. Und dieses Wohlbefinden, das kann ich allen Menschen nur mitgeben, wenn Sie ein Stück Sicherheit auf, was Ihre Finanzen angeht, suchen. Da spreche ich jetzt nicht ganz uneigennütziger als Edelmetallhändler. Das ist was, was Ihnen leider nur Gold und Silber gibt. Und deswegen stehen wir auch voll dahinter, was wir tun. Deswegen ist es unsere Botschaft an die Menschen, sich auch ein Stück weit finanziell abzusichern. Weil wenn dieser Gedanke wieder ins Unterbewusstsein rutscht, dass man diese finanzielle Sicherheit besitzt, kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und zwar darauf, die Netzwerke, die Beziehungen und auch sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben momentan einerseits in dieser westlichen Wertegemeinschaft ein Wirtschaftsmodell nach dem Motto höher, schneller, weiter, also den Turbokapitalismus. Auf der anderen Seite China mit Sozialismus, Kommunismus, also staatlich kontrolliert. Sehen Sie hier irgendwo einen Mittelweg? Oder wie können wir aus dem Westen mit unserem jetzigen Turbokapitalismus entgegenwirken? Also ich bin natürlich ein sehr liberal denkender Mensch. Bin auch Anhänger der österreichischen Schule, kann ich so sagen. Und ich glaube, die Menschen müssen wieder verstehen, dass die freie Marktwirtschaft erst mal nichts Schlechtes ist. Der Kapitalist oder der Kapitalismus hat uns ja letzten Endes nach dem Zweiten Weltkrieg dahin gebracht, wo wir heute stehen in einer Gesellschaft voller Reichtum, voller Vermögen, voller freiem Konsum. Wir leben hier in einem kleinen Teil der Welt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir dieses free lunch, dieses free money, das wir bekommen haben, nicht auf der ganzen Welt haben. Es gibt viele Teile der Welt, die verarmen, die jetzt noch weiter zurück gedrängt werden durch diese Spaltung. Und ein Geldsystem sollte in meinen Augen möglichst frei sein. Es gibt natürlich Regularien, weil es wird immer Reichtum sich zuspitzen. Es wird immer Menschen geben oder Systeme oder Familien geben, die es schaffen, schneller viel Reichtum anzuhäufen. Wie frei dieses Geldsystem ist, das können die einzelnen Staaten ein Stück weit natürlich für sich entscheiden. Aber es sollte Alternativen geben. Es sollte Staaten geben, die komplett frei denken. Und es sollte Staaten geben, die auch ein Stück weit soziale Botschaften senden. Wie es ja in Deutschland auch in der sozialen Marktwirtschaft jetzt die letzten 30 Jahre der Fall war, dass der Staat letzten Endes immer geschafft hat, auch die Schwachen zu fangen. In der Schweiz beispielsweise haben wir ein Modell, wo jemand, der fällt, der vom Staat zwar aufgefangen wird, nicht lange als Arbeitsloser toleriert wird. Das ist auch ein Stück weit Bild oder Sichtweise der Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft beginnt, sich politisch ein Stück weit zu bilden, dann wird nicht akzeptiert, dass jemand auf der faulen Haut liegt. Wenn jemand natürlich sozial beziehungsweise körperlich benachteiligt ist, ist es in meinen Augen wichtig, diese Menschen auch aufzufangen. Also eine gute Mischung aus dem, was wir in Deutschland gesehen haben und das, was in den USA passiert ist, ist in meinen Augen das, was ich als sehr, sehr freie Marktwirtschaft sehe, die aber trotzdem auch die sozial Schwachen ein Stück weit auffängt. Und wenn das mit einem Geldsystem gepaart ist, das nicht x-beliebig ausweitbar ist, sondern gedeckt ist, dann wäre mein Wunschtraum erfüllt, sodass ich meinem Sohn auch mit echtem anfassbaren Geld eine freie Welt für die nächsten 80, 90, vielleicht 100 Jahre schenken kann. Zum Thema Wirtschaft, Produktion, Industrie, all das hat auch mit Ressourcen zu tun. Was können Sie uns zu dem Thema Nachhaltigkeit mit auf den Weg geben? Also was im Edelmetallhandel oft passiert, der Goldhandel wird ja immer als böse und als Ressourcenverbrauchung hingestellt. Aber wenn man sich mit den Herstellern selbst unterhält, wir haben ein Gespräch gehabt vor gut zwei Jahren auf der Edelmetallmesse in München mit dem Vorstand von Yumicor. Und wenn man sich anschaut, wie groß das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile geschrieben wird, also Rückgewinnung aus dem Recycling, ja, das was bisher an Verschmutzung in der Umwelt passiert ist, lässt sich nicht rückgängig machen. Aber weiter zu denken, mehr auf Recycling zu setzen, ist im Goldhandel ganz groß geschrieben. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja was, was zum Beispiel auch bei jedem selbst anfängt. Ich bin der Letzte, der jemandem vorschreiben möchte, was er zu essen hat. Aber wenn man sich eben anschaut, wie viel Wasser zum Beispiel benötigt wird, um ein Kilo Rindfleisch auf den Teller zu bekommen, dann ist das nicht nachhaltig gedacht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, der mich von ein paar großen Denkern dieser Welt, die der Meinung sind, die Weltbevölkerung im Zaum halten zu müssen oder vielleicht sogar ein Stück weit kleiner machen zu müssen, dass es genug Ressourcen auch für 10, 20, 30 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt. Wenn wir umdenken, wenn wir nachhaltiger denken, wenn wir vielleicht auch Alternativen für beispielsweise Fleisch oder andere Lebensmittel finden und dazu haben wir genug kluge Köpfe auf dieser Welt. Nur diejenigen, die diesen Plan nicht so sehen wie ich, die sind natürlich für eine massive Einschränkung in diesem Wachstum der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist was, was jedem Menschen mit an die Hand gegeben werden soll. Es fängt bei jedem an, nachhaltig zu leben. Ich werde mir nicht vorschreiben lassen von beispielsweise einem World Economy Forum, wie ich zu leben habe, wenn auch dieser Plan schon ganz klar kommuniziert ist. Ich werde aber für mich schauen, dass ich ein möglichst nachhaltiges Leben führe, damit ich die nächsten Generationen nach mir auch noch eine möglichst schöne Welt hinterlasse. Trotzdem heißt es nicht, dass man sich selbst in einem wohlhabenden Lebensstil einschränken muss. Man sollte sich vielleicht einfach überlegen, was man mit welcher Handlung tut. Und dieses Bewusstsein führt uns schon wieder dahin, dass wir letzten Endes an den Punkt kommen, dass wir ein Stück weit nachhaltiger werden. Einfach bei jedem Mal, wenn man im Supermarkt ein Stück Obst einkauft und sich zu überlegen, ist es sinnvoll, dass es in Plastik eingepackt ist oder nicht. Und damit senden wir Botschaften. Das ist ein Prozess, das kann nicht über Nacht passieren. Ich glaube auch, dass dieses Umdenken wichtig ist, dass die Menschen verstehen müssen, dass Nachhaltigkeit heute definitiv eine Rolle spielt, wenn wir 20, 30 Milliarden Menschen werden wollen auf diesem Planeten. Nichtsdestotrotz sehe ich es nicht so gravierend wie viele. Vor allem das Thema, wenn man mal über Randthemen sprechen darf, die ich jetzt nicht unbedingt als Experte behandle, aber wie beispielsweise CO2, CO2-Steuern, womit ein riesiges Geld gemacht wird in den Regierungen dieser Welt. Da muss man auch kritisch sich die Frage stellen, okay, haben die Staaten wirklich die Befugnisse zu sagen, wer wie viel bezahlen muss, um was zu verbrauchen. Und Länder, die vielleicht gar nicht die Ressourcen haben wie Afrika, handeln dann diese Ressourcen weiter an Länder, die mehr Verschwitzung machen dürfen. Das Modell ist in meinen Augen sehr kritisch zu bewerten, wenn ich jetzt auch kein grüner Gegner bin. Aber diese Politik, die widerspricht mir ganz stark in den letzten Monaten und vor allem auch in den letzten eineinhalb Jahren. Befugnisse